Babs und Patrick, das ist was für die Ewigkeit. Haben alle gedacht. Bis auf die Babs. Aber so schnell. Was? Was heißt denn, ob es heiß ist? Gibt ein echter Carry nicht auf. Ich mein, wir sind ja alle erwachsen. Da trifft man halt einmal manchmal seinen Ex. Egal, was kommt. Ich bin von der Gewerkschaft und ich führe bei euch da die Lohnverhandlungen. Die laufen ja nicht so besonders, was man so hört. Und wenn er schon mal in Fahrt ist. Na super. Jetzt haben wir den Schirm auf. Wir sind ausgebildet. Ist ja nicht mehr zu stoppen. Wir lassen uns das nicht fallen. Hast du es die Gewerkschaft schleicht sich? Wir sind so nett. Wir haben Arbeitsverträge. Super. Wir auch. Sind wir vielleicht ein bisschen nervös? Das Einzige, was mich nervös macht, bist du. Ja, du bist deppert. Weißt du, wie lange wir den Zinsschlüssel gesucht haben? Sicher nicht so lange, als du deine Zinssucht ans einen Schritt weiter gehst. Alphabet, das sind wir. Angesoffen sind wir. Ich muss der Papst sagen, dass ich nicht der bin, für den sie mir halt. Du bist genau der, für den sie dir halt. Hey, nehmt ihr ein Zimmer. Was ist denn da wieder los? Wir werden ja einfach da gelassen, das siehst du nicht. Und bei dir? Wie läuft's denn? Wir bleiben da. Das ist unser Wert. Michael Ostrowski. Hilde Dahlik. Wir brauchen noch ein Sprecher spielen. Ist mir gerade gefördert. Na, das wäre ja total peinlich, wenn du verlierst. Die Werkstatt. Und die Latzen drin. Mit Schmädelbeke wichsen ist lustiger.